Generell ist es einfach immer wieder schön zu sehen, wenn die Leute auf ihr Fahrrad steigen, dass es dann wieder fährt und wirklich das Lächeln im Gesicht haben, weil sie einfach damit mobil sein können. Hallo, ich bin Thomas. Wir sind hier in der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des Umsonstladens. Wie ihr im Hintergrund seht, gibt es einiges an Fahrradteilen. Das Konzept funktioniert so, Leute können vorbeikommen mit Kleinigkeiten an ihrem Fahrrad, am besten, wenn sie Interesse haben am Reparieren, können sie mithelfen. Wir leiten die Reparaturen, wir helfen, wir führen sie auch durch und die Leute können dann eben im Anschluss selbstständig ihre Fahrräder reparieren oder haben auf jeden Fall ein repariertes Fahrrad, mit dem sie dann wieder mobil sein können. Angefangen hat das Ganze in den Posthallen am Bahnhof. Da war auch wesentlich mehr Platz, als hier jetzt zu sehen ist. Da mussten wir aber leider raus und sind dann eben 2017 hier umgezogen. Hier ist auch der Vorteil, im Sommer haben wir einen schönen Innenhof, wo wir draußen dann das Ganze machen können. Das ist wesentlich angenehmer als hier drin. Ist halt jetzt für den Winter dann trocken und warm. Und entwickelt hat sich das Ganze eigentlich mehr oder weniger auf gleichem Niveau. Es kommen jede Woche Leute, die mit ihrem Fahrrad kleinere Probleme haben, die wir eben hier reparieren können. Oft mit Fahrrädern, wo es sich nicht lohnt, in eine Fahrradwerkstatt zu gehen, weil einfach der Wert von einem Fahrrad so gering ist, dass eine halbe Stunde Monteurzeit von einem Fahrradmechaniker einfach die Kosten schon übersteigen würde. Da können wir eben hier helfen. Mich motiviert hier eben, dass die Leute wirklich das Fahrrad im Alltag benutzen, damit zur Arbeit fahren, zur Uni oder eben als Alltags-Mobilitätsgerät benutzen, auch wenn sie sich eben nicht leisten können, in eine Fahrradwerkstatt zu gehen. Wir beeinflussen die Nachhaltigkeit natürlich schon in Würzburg auch, weil wir eben viele Fahrräder reparieren, statt wegzuwerfen und neue zu kaufen. Dadurch wird wirklich Schrott oder Müll vermieden und die Leute können weiterhin mobil bleiben, auch mit geringen Kosten. Und auch nicht nur Fahrräder, wir haben auch andere Kleinigkeiten, sei es der Ball, der platt ist, den wir auch pumpen können oder sei es der Kinderwagen. Solche Kleinigkeiten sind eben, wo wir hier einfach lieber reparieren, statt wegzuwerfen. Ich heiße Romé, Louvain und so auch. Aber jetzt habe ich einen originalen Namen bekommen, Gute Laune Mann. Ich bin hier, weil ich komme immer, jeden Donnerstag, der Thomas beschäftigt mit dem Fahrrad und ich finde das so toll und der Thomas mag das wirklich sehr gut. Heute ist der Anfang, ich bin gekommen wegen dem Kinderwagen. Ich wollte das packen, aber so wie das ist, kann man nichts packen. Deswegen wollte ich dem Thomas helfen, das Kleine zu machen, das zu packen. Und der Kinderwagen geht nach Afrika, weil mein Nister hat ein kleines Baby und dieses Baby muss genießen Kinderwagen, weil Kinderwagen in Afrika ist wie ein Auto. Nichts jeder kann ein Auto leisten, deswegen muss die Kinderwagen.